Geh, woher? Well, we don't know. Good. Hm. Good. Man, wie gar nicht Heilsauber hätte. We're almost there. Well, we don't know. Good. Good. Okay, das wird, das wird jetzt irgendwie interessanter, kritisch interessant werden. Ein Angriff, ein Verteidigungsdruck und zwei... Ach. Das ist alles. Du bist ein tot Mann. Was sehen denn da auch noch? Aha. Well, we don't know. Well, we don't know. Catch this! We attack! Always with pleasure. Burn. Kill whom? Funktioniert das sogar. That's all. You're a dead man! Huh? We're almost there. Catch this! Yes! I, and only I. Go where? Ready? No problem. Ready? Go where? We don't know. Yes. I, and only I. Always with pleasure. I can't go faster. Burn. Burn! Kill whom? Catch this! Good. Genau. Das sollte ich öfter mal machen. Da haben wir vielleicht freieres Schussfeld. And only I. Always with pleasure. Huh? Well, we don't know. Oh, wir haben einen Schützen verloren. Yes, sir. To victory! Huh? Ha! 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 Yes, sir. We attack! We're almost there! We're almost there! We're almost there! We're almost there! Well, we don't know! We don't know! What to victory! Aha! Catch this! Well, we don't know! Go where! Good! Catch this! Ich weiß gar nicht, was manchmal mit dem Auswahlrahmen ist. Go where! Go where! Aha! We're almost there! Good! So, Stunde der Wahrheit. Aha! Aha! Was passiert, wenn ich hier hingehe? Ich habe einen Quick-Safe gemacht. Good! Aber eigentlich könnte man ja meinen, dass wir mit den Spionen jetzt reisen werden. The task is accomplished. What's next? Elfe attacks are getting fiercer each day. We can barely protect the border. Go to the capital and prepare its defense, in case the elves are successful. Also doch, Sieg. Hauptmenü. Das heißt, wir machen vorher alles, was wir machen können. Oh, sogar beim Quick-Safe hat diesmal das Laden aller Sachen geklappt. Aha! Hä? Also ja, ich hätte fast gesagt, ich lasse die Jungs hier. Aber... Nee. Ich schaue hier. Ja! Die Jungs hier. Wir geben ininen Bereich. Wir gehen hier. So ja, wir gehen hier. Ich gebe die Jungs hier. Wir gehen hier. Na gut, ein Level Up wird es nicht werden, aber wir nehmen alles mit von hier, was wir können. Ich werde mir nur keine Mühe machen, die Spione nachzufüllen. Ich werde jetzt zur Goblin-Mine gehen, die beiden Quests machen. Da gibt es wirklich nur noch das Brigantenlager, die Wolfsgrubium und alles, was hier ist. Und ich gucke mal im Internet oder im Steam-Forum, was es mit diesem Brigantenlager und diesem Milizlager auf sich hat. Weil die hier haben wir erledigt. Die hier wollen halt nicht mit uns reden. Und die hier sind feindselig, genauso wie die Monster hier und das Bärenlager hier. Dann war es das hier an der Stelle auch schon. Also und wie gesagt, erst auffüllen, dann upgraden. Und dann genug Gold zusammensammeln, damit wir in der nächsten Mission uns einen Trupp Schwertkämpfer holen können. Ich, und nur ich. Ready. Was? So, jetzt haben wir Kopfjäger. Einen Trupp Kopfjäger, sehr schön. Wir gehen. Always prepared. Always prepared. Yes, sir. Who? Us? Und die haben wir jetzt sicherlich auch. Also ja, Elfenkrieger, Meisterkrieger, Elfenwächter, Bogenschützen, Meisterzauber, Meisterzauber und Elementarist. Und ein paar Oger. Ich finde es gerade lustig, der Ogerschmetterer. Der Neutrale, also in den Hütten, ist stärker als der, der die Orks haben können. Sehr interessant. Sehr interessant. Wir versuchen, wir versuchen, den Bären und die Feen dann nochmal zu erledigen. So, wir haben ein Holzschild vom Schießplatz. Der Oger ist wieder da, die Ogerhütte ist voll. Du hast zum Glück eine kleine Ogerhütte mit nur zwei Ogerhütte mit nur zwei Ogerhütten drin. Und ein bisschen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. So, das war der erste. Zur Glückwunsch! Schau deine Eros! Was? Es ist fertig! Es ist fertig! Zur Glückwunsch! Bereit? Was? Na gut. Hurry, let's go! Die wollen nichts. Die wollen grad auch nichts. Und? Wir gehen! Bereit! Wer? Uns? Was? Hm. Wir gehen! Wir legen uns jetzt wieder zur Hauptkreuzung. Hier. Alright! Wir gehen! Wir gehen! Also unsere Gilde. Yes, it shall be done. Ähm. It shall be done. Alright. Wir haben die Elfen dann zurückzuhalten. Hurry, let's go! So. Vor allem, wir sind ein Lehrling. Wir dürften, es dürften viel bessere, ausgebildetere Kampfmagier geben. So. Nichts im Dorf. Nichts in der Problemmine. Nichts in der imperialen Garnison. Wie gesagt, es gibt noch hier oben die Wolfsgrube, das Bärenlager, die Monsterhöhle und das Brigantenlager. Und dann war's das auf dieser Map. Da gibt's die Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann. Weil ich hab auch mit jedem hier geredet, mit dem ich reden konnte. Äh. Nee. Gombemine hat nichts. Imperiale Garnison hat auch nichts. Der Dorf hat auch nichts. Gut. Yes, Sir. Hurry, let's go! Yes. Always with pleasure. Just think, it's already done. Alright. Naja, bleibt mal so stehen. Das heißt, wir speichern hier nochmal. Ja. Speichern. Und dann machen wir jetzt einen Cut. Also. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.